Das Kuratorium ist zuallererst ein Kontrollgremium und überwacht, dass alle Aktivitäten der Stiftung auch der Satzung entsprechen. Und dann beraten und beschließen wir zu grundlegenden Dingen. So haben wir zum Beispiel vor kurzem die Einrichtung eines Patientenbeirats beschlossen. Was ist die Arbeit für die Krebserkrankung? Ich selbst recherchiere viel und arbeite gern an grundlegenden Unterlagen, so zurzeit an einem Papier zu den sozialen und wirtschaftlichen Folgen einer Krebserkrankung. Für mich hat die Arbeit in unserer Stiftung etwas ganz Besonderes. Fragen stellen, die Dinge mal von anderer Seite anschauen, Mut zu neuen Wegen und das zu 100 Prozent auf der Seite und an der Seite der Betroffenen. Das soll noch intensiver werden und ich wünsche mir, dass wir viele Menschen für unsere Arbeit begeistern können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.